Fertig? Mhm. Okay. So. Servus, liebe Freunde der gepflegten Wathanod. Da muss ich ja hingucken, nicht da. Ich bin Raibu und das ist Frau. Ihr habt es so gewollt. Ich habe euch ja versprochen, bei 2000 Abonnenten, ich gucke immer da oben hin, ist ja schlimm. Bei 2000 Abonnenten fahre ich mit Frau slash Froni ein paar Runden und mal gucken, was dabei rumkommt. Für diejenigen, die es nicht wissen, warum wir das so machen. Fly Daily hat das mit seiner Freundin Lola gemacht und ich fand es richtig witzig. Und deswegen dachte ich mir, ey, das wäre doch mal was anderes für das 2000er Abonnenten-Special. Weil bei 1000 habe ich nichts gemacht, bei 1500 habe ich nichts gemacht. Aber bei 2000 dachte ich mir, ey, komm, mal sowas Kleines, Lustiges ist doch ganz cool. Und deswegen, ja, habe ich jetzt Frau genötigt. Juhu. Mitzumachen. Wir fangen jetzt mal mit dem IS-6 an und gucken mal, wie es dann so weitergeht. Vielleicht, wenn wir es zeitlich schaffen, fahren wir noch eine Runde Tiger und vielleicht dann noch eine Runde T29. Je nachdem, wie es klappt. Sie soll ja auch mit einem guten Gefühl hier rausgehen. Also, so, fertig. Kann der so? Was der so kann. Der Panzer. Schießen. Und ein bisschen was aushalten. Gibt es den auch in Pick? Nein, die gibt... Gibt es den auch in Pick? Aber man kann doch da sowas draufschreiben. Ja, da kann man was draufschreiben. Kann man da nichts Cooles draufschreiben? Da steht doch schon was Cooles drauf. Da steht in the mood drauf. Oh je. Mit Frauen Panzer fahren. Okay, gut. Wir gehen einfach mal in die Runde rein und schauen mal, was bei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Du darfst die Maus in die Hand nehmen. So. Oh Gott. Ja. Guck mal nach vorne, bitte. Direkt nach vorne. Genau. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr den Kartennamen. Ist ja auch wurscht. Ah. Nahe Osten. Kann der Fels umfahren? Ja. Hihihihi. Hahaha. Oh Gott. Wie sie scheuer. Wir können auch ein bisschen mehr kaputt machen. So. Es ist ein 7-7er-Gefecht. Wir haben einen 7-3er-Panzer. Das heißt, wir sind gar nicht mal so blöd gematcht. Also, vielleicht hast du Glück. Das ist ja vielleicht nicht irgendwie so aufzunehmen. Ich bin irgendwie mal ein bisschen. Oh, es hat mich gar nicht mehr kaputt. Das fährt auch so ein bisschen. Immer geradeaus gucken. Ah, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Weiter, weiter. Genau. Sehr gut. Immer weiter geradeaus gucken. Kannst du es auch umziehen? Nein. Das kann man leider nicht umfahren. Haha. Richtig. Auch du steuern. Ja. Ich fahre, du schießt. Du musst dich nur aufs Schießen konzentrieren. So. Guck mal. Ein Stück nach 11 Uhr. Halb links. Genau. Rechte Maustaste. Oh, oben. Da vorne fährt er. Da fährt er. Da. Warte. Ja, ja. Ein Stückchen höher zielen. Ja, schießt. Oh, der erste Schuss. Nein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Der erste Schuss und gleich getroffen. Anfänger Glück. Ja. Oh mein Gott, du bist ein Naturtalent. So, jetzt warten wir, bis wir nachgeladen haben. Ich guck mal nach links. Beziehungsweise geradeaus. Mal geradeaus gucken. Genau. Oh, shit. Nee, die haben schon B eingenommen. Das ist nicht gut. Jetzt komme ich mal ein bisschen zurück. Ich guck mal geradeaus, bitte. Auge. Auge. So, immer hoch gucken. Also gerade, gerade zugucken. Genau. Was ist denn das Rücken? Das ist verschreit, man. Guck mal auf 11 Uhr. Ein Stückchen nach links. Genau, stopp nicht zu weit. So, auf halb zwölf. So, ein Stückchen gerade. Genau. Oh. Nein, nein, nein. Das ist einer von uns. Ach. Alles, was blaue Plaketten hat, über den Panzern gehört uns. Zieh mal auf Richtung 10 Uhr. Genau. Nicht zu weit, nicht zu weit. Drück mal bitte die mittlere Maustaste. Das ist das Mausrad. Genau. Geh mal um mit. Oh, shit. Nimm. Turm nach rechts drehen. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja, da oben steht. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Sehr gut, der ist raus. Jetzt müssen wir... Guck mal nach links. Guck mal nach links. 9 Uhr. Wir stehen noch ein bisschen zu frei rum. Ja. Jetzt können wir auch gleich mal machen. Ach komm, Baum, wirst du es jetzt nicht dein Ernst? Ich bleib halt. Baum hängen, der kommt schwer in die S6. Ich glaub's ja nicht. Sehr gut. Nicht zu weit, nicht zu weit. Nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Schießen. Sauber. Gerade gucken. Oh, shit, umfällt einfach. So. Kanone runter. Runter. Lippe. Autsch. Nichts passiert. Siehst du ihn? Hast du gesehen, wo der Schuss herkam? Da steht er. Ach so. Jetzt kannst du aber nicht schießen, weil unsere Kanone ist kaputt. Ja, aber unsere Kanone ist kaputt. Der kriegt uns jetzt her. Ja. Macht nichts. Macht nichts. Für zwei Kills waren wir schon gut dabei. Zwölf Uhr. Zwölf Uhr gucken. Zwölf Uhr gucken. Gerade zehn. Zoomen. Okay. Oh, da kommt einer. Links. Zoomen. Na, warte. Das ist eine Maus. Mit der wollen wir uns nicht anlegen. Zumindest nicht so. Ja, die ist zu krass gepanzert für uns. Warte. Ja, der steht da irgendwo. Der steht da, glaube ich, hinter dem Tank. Nee. Wir sind hier schon wieder nicht. Zoom mal. Mach mal mittlere Maustaste. Doch. Mach mal wieder mittlere Maustaste. Stückchen nach links. Noch ein Stück. Stopp. Runter. 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 Kleines Stückchen nach links. Und schießen. Hehehehe. So. Da haben wir ihn jetzt. Der hat sich gut getan. Mhm. Ziel noch mal. Okay. Abschlusshilfe gekriegt. Sehr schön. Gut. 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 So, jetzt noch mal kurz T29. Der Hund muss jetzt auch noch mal mit. Ja. Ja, halt. Und so lernt ihr die ganze Familie zu tun. Die verrückte Hundefamilie. So. Eine Runde T29 noch. So. Also wir sind tatsächlich eben gerade aus der Runde rausgeflogen, warum auch immer. Da muss es mal irgendwie einen kurzen Servercrash gegeben haben. Weil, ähm, wir haben uns es dann tatsächlich angezeigt worden, dass wir den Panzer verloren haben. Unsere DS6. Ja, das ist der zweite Hund. Das Bahn. Hallo. Seht ihr das da? Der hat so einen kleinen Bart da. So einen Mustache. Da, guck. Da. Da. Hehehehe. So. Ja, komm. Ja, ja, ja. Nein. Komm, ich will schon mal was. Ja, dann solltest du den Hund da wegtun. Stopp. Zum Befehl. So. Jetzt. Hier geht gleich. Warte, ist alles, ist alles gleich. Nach links zielen. Links. Nicht so weit. Nicht so weit. Jetzt bruseln die Hunde hier um uns rum, gell. Hehehe. Ziehen wir nach rechts. Okay, stopp. Ah, Mist. Ja, das war's. Ja, bist du gleich. Ja. Ja. Ist okay. Wollen wir nach links? Das andere links. Okay. Sehr gut. Darauf habe ich nur gewartet auf diesen Moment. Ja, die da. Und B, verteidigen. Uuuuuh. Was hast du? Verpflegung. Verpflegung. Die besten Cake-Pops von Welt. Gut, dass die Herzchen drauf sind, ist jetzt, naja. Oh, die Scheißdinger machen so süchtig. Hamlet leg dich hin. So. Eine letzte Runde im Tiger 2P. Ich sag dem Hund aus, dass ich ihn nicht. Jawohl. So. Und dann nimm die Maus. Links, links. Nee, 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 nee. Gerade zu. Oh. Warte, warte, nicht schießen. Ich sag dir. Jetzt. Sauber. Oh, der Schock fürs Leben. Ich hab's nicht gesehen, hat der denn. Schau mal nach rechts. Nein, das ist einer von uns. Schau mal nach rechts. Okay, alles klar. Siehst du den da kommen? Ja. Schau mal nach... Warte. Na, den lassen wir einfach mal machen. So, zähl nach rechts. Nach rechts. Nach rechts zählen. Auf ihn drauf, auf ihn drauf, auf ihn drauf. Schießen. Ah, schade. Hätt klappen können. War aber schön. Geradeaus zählen, geradeaus zählen, geradeaus zählen. Ja, ja, ich weiß, aber da können wir jetzt nichts machen. Schau mal nach rechts. Rechts, 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 rechts. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Wir probieren's jetzt einfach mal. Oh, 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 oh. Ja, kein Stress. Nicht hektisch werden. Nicht hektisch werden. Man kann uns hier nicht treffen. So, man... So, man... Na, komm, fahr'n Stück weiter raus. Können wir nicht in die Glanzsempferland? Doch, kannst du. So, der hat ihn. Sehr gut. Immerhin haben wir ihn abgelenkt. Na, es ist Teamplay. Doch, du kannst ihn in die Lanze ballern. Ja, warte. Schießen. Noch lange nicht. Noch lange nicht. Warte. Ziehen wir nach 11 Uhr. Nach rechts zielen. Geradeaus, geradeaus zielen. Eieieiei, sind auch nur noch drei Gegner drin. Das versteckt. Noch nicht jemand, der Biss. Das tun wir gerade schon. Keine Ahnung, was das heißt. Nein, das ist einer von uns. Lass mal spawnen kämpfen. Du drängelst dich hier ganz schön in den Vordergrund rein, gell? Ja, das war nicht so. Was? Ich sehe auf dem Kost. So. Ich hab Puls. Ich hab Puls. Ich hab Puls. So, der andere sitzt, der letzte sitzt im Flugzeug. Da können wir jetzt eh nichts mehr machen. Da können wir jetzt eh nichts mehr machen. Wer schlappt sich denn da? Irgendeiner, der von uns im Flugzeug sitzt. So. Na ja. 252 Punkte, ein Abschuss. Das ist schon mal gar nicht. Also, es ist gut. Mit dem IS-6 waren wir besser, aber... So. Die Runde wird's jetzt wahrscheinlich... Du hast Wald in den Haaren, ja? Ach. Entweder... Ne, er tut uns nicht den gefallen. Er will einfach nicht abstürzen. Oh, das war's jetzt auch für den Rest. Jetzt ist er raus. Oh. Jetzt ist er raus. Wir haben gewonnen. Ah. So, ich glaub, das reicht dann jetzt auch. Ich glaub, das Video ist ganz schön lang. Aber das macht nichts. Es war lustig. Ja. Ja. Gar nicht mal so blöd angestellt. Vor allen Dingen im IS-6. Gut, die T29-Runden, die kann man sich tatsächlich... Aber... Fürs erste Mal war das gar nicht schlecht. Fürs erste Mal war es gar nicht schlecht. So. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Dran denken, Daumen nach oben dalassen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis dahin.